Ach, Yvonne Schurin, die Österreicherin heute auch mit ihrem zweiten Auftritt, aber so ganz gut weggekommen ist die Österreicherin hier, leider nicht und ganz ganz unten noch Danuta Kozak aus Ungarn, oben sehr gut weggekommen, Marta Wasikiewicz aus Polen, aber Lisa Carrington, das hier, die Neuseeländerin, das ist die absolute Dominatorin der letzten Jahre, eben über diese 200 Meter, sie kann auch mal einen vermasselnd Start gerade biegen und das macht sie jetzt auch. Die Neuseeländerin geht in Führung und wird hier ohne große Probleme ihren WM-Titel von Duisburg verteidigen, sehr souverän vor Marta Wasikiewicz und dann könnte es oben sogar Nikolina Moldovan aus Serbien gewesen sein auf der dritten Front.